Auf dem Heimweg bin ich vom alte Kinomails auf der Weg gestossen, in Form von Maroni-Brötler. Markus Rupp. Hast du es probiert? Wahnsinn. Der Weg, Maroni. Der Weg. Extra für Der Weg. Der Weg, Marlis. Komm, was ist das? Das ist ein Brückenangebot in Sarganz mit zwei Praktika und zwei Schulblöcken für Jugendliche nach der Oberstufe. Bis etwa 25. Aber wir sind flexibel und nehmen es auch länger auf. Und von da verkaufenst du das Maroni, Markus? Genau. Wir müssen ein bisschen Geld haben. Wir sind privat organisiert. Und darum sind wir jetzt hier am Maroni-Verkauf. Unglaublich. Der Weg. Da kann man sich noch melden. Haben Sie noch Plätze? Wir haben immer noch Plätze, ja. Für jetzt gerade, wenn jemand noch umsteigen möchte. Oder für den nächsten Sommer natürlich auch. Haben wir Plätze frei. So. Du bist der Chefpsychologe, oder? Ja, ja. Du bist ein Vorstandsmitglied. Vorstandsmitglied? Ja, ja. Da musst du Psychologe sein, um Maroni zu betreiben. Eben, oder? Ja, das ist ein bisschen anders. Alle, schau mal. Hoi, schau mal. Da kann man sagen, hart ist alle weichere Kerne, oder? Also du bist echt wirklich ein Psychologe? Nicht nur Vorstandsmitglied? Also das ist... Du, das gefällt dir da bei diesem Weg, oder? Das ist eine Tiefenpsychologie. Genau. Was meinst du zum Weg vom Brückenangebot? Ja, das ist eine gute Sache für die jungen Leute, wenn es einfach noch im Moment nochmal einen Umweg machen, einen Schleifen zum Überlegen, nochmal den Berufswahlweg einleiten. Darum habe ich jetzt auch den Weg, oder? Und dank dem Weg ist das Leben gekommen, oder? Der Weg findet ihr dann also, ja? Ich glaube, das... Was meinst du zum Weg? Zum Weg? Ja. Das wollte ich jetzt nicht mal lesen, ich weiss es noch nicht. Ein Brückenangebot? Ja, ich muss mich noch informieren. Auf jeden Fall toll, wenn es so Maroni gibt, das ist ja mal sicher, oder? Vor allem, weil es sich so gut schälen lohnt. Sehr, bist du die Hauptsache? Sehr, fein. Gibt es bei uns in Werderberg nicht? Wohl, wohl. Wohl, wohl. Kaufst du wegen der Maroni oder wegen dem Weg? Wegen was? Wegen dem Weg? Der Weg. Der Weg ist das Ziel, oder was? Genau, ja, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel, ja. Der Weg ist das Ziel. Wegen allem drum und dran. Allem drum und dran, genau. Musik, Maroni, Gott, Glösschen Wein, Gesellschaft. Oh, super. 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 Et voilà. Danke schön, einen guten. Echte heisse Sache. Der Weg ist ein ganzer Brückenangebot, welches nach dem Sozialjahr von diesen beiden, von Markus Roth und von Marlies Bislin, wieder neu gegründet worden ist. Ein ungeheures Engagement für Jugendliche, die eben einen Weg brauchen, für unser Leben zu kommen. Der Weg ist ein ganzes. Gehen Sie doch einmal erkundigen, es lohnt sich auf jeden Fall. Es lohnt sich auf jeden Fall.